Warte, ich hol's mir Holz. Teakholz, also das ganz normale Dschungelholz. So, und was jodeln, die schon wieder im Chat umeinander? Keine Ahnung, ich liess schon gar nicht mehr mit im Chat. Die sah alle erst, weil Mist raus sind, nur weil wir Scheiße gebaut hatten. Wir haben Scheiße gebaut, was haben wir denn gemacht? Wir haben Scheiße gebaut. Alter. Boah, ich merk's nicht, ich bin so überhaupt nicht, äh, ich gehört überhaupt nicht zu euch dazu, kann das sein? Jedes Mal, wenn ich frage, ob mit mir geredet wird, dann ist es nicht so, und... Wenn du wir sagst, dann meinst du nur dich und Drago... Ja, du warst halt nicht dabei in den letzten Folgen. Na und? Wir sind trotzdem eine Gruppe. Wir sind trotzdem eine Gruppe. Wenn ich wir sage, meine ich immer uns zwei. Na dann, dann gehen wir mal weiter und farmen, äh, Cobblestone, ne? Ja. 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 Wie machst du das? Dann zieh ich die andere Wand hoch, ich geh nochmal runter, Ding farmen. Da fällt mir sogar ein Schaf drin. Wie denn ist das denn? Ähm... Was? Ah... Die Dirt-Poles? Ich brauche jetzt, ne? Die Dirt-Poles ne? Die Dirt-Poles? Die Dirt-Poles? Nee, die nehm ich ja gar nicht mit. Den Dirt-Poles? Den Dirt-Poles nehm ich mit. In Dirt-Poles? Beziehungsweise den einen Stack, den anderen Stack nehm ich mit. Achso, bei uns hast du Bäume, wo du hochklettern kannst. Cool. Hier auch, aber ich folge sie momentan gerade alle ab. Dann brauche ich noch, wer weiß, was es ist. Dann kann ich sofort los. Ach ja, richtig. Wie fährt das nochmal? Ich brauche eine Hose. Ja, mit Hose. Hose sind immer praktisch. Hose in der Hose. Alter, ernsthaft. Hätte ich jetzt nicht das Problem mit der GEMA und so, ich bin doch gar keine Musik laufen lassen. Frag mich dann nach, ich schicke dir 600 Lieder, die du alle ohne irgendwas in dein Ding reinpasst. Nein, ich hab grad Bock auf, ähm, hier, Herr der Ringe Musik. Da gibt's Auswege, da gibt's Auswege. Kannst du einfach einen Remix nehmen? Ne, ich will das Original. Ja, 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 ja. Doch dann baute sich Sauron einen Megabong. In der stündlichen... Was? Ich weiß. Wo Sibirien tragen und Laser täglich miteinander lesen. Quack 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 quack. So, ein Holz noch, dann kann ich mir ein Boot bauen. Dann kann ich endlich los. Du 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 du. Tiiiayeawooo. Seeminen? Wie baust du die? Hast du genug Shit, dass ich mich für euch ausrüsten kann mit Steinwerkzeug zumindest? He he ja. Wir haben genug. Behörd, mach das tatsächlich so, dass ich alles hier lasse und nur mein Boot für Sie mitzunehmen. Ja, da nimmt ein Boot mit. Wir brauchen ein paar Sklaven in den Steinminen. In den Steinbrüchen. nein ja wir sind komplett eingerichtet das einzige was wir nicht haben ist ein anvil und verzauberungstisch ich hoffe dass wir bis noch nie zum verzaubern kamen wir auch keine diamanten hast du euch ding mitgenommen der unseren platten spieler hatten wir wir können unser codenamen geben damit wir endlich mal wissen wer wen anspricht nackter man das wird ein heißer dreier anderes thema auf dem see falsche richtung die x-koordinate war minus 2 80 weg du musstest dann frei rausschneiden mit dem p ton scheiß drauf die wissen eh wo wir sind die wissen eh wo wir sind ja gut aber wenn ich meine koordinaten von meiner base sage die muss rausschneiden ich lege es genau auf den cut drauf tb laser ich lege die stelle genau auf den cut drauf klingt logisch ich würde gleich gern mal ein anleger bauen noch so hafenmäßig mit aus clean stone und so geilen stemmen und so klar freu ich mich schon auf das bauen für die für die stadt in den bäumen hinten dran ro roей roo jlo go to the sea ja gut ich kenne auch ein paar weiche von der so hat der aber also auf der straße nach berlin was denn ja bist du richtig jetzt weiß wie es uns umgezogen sind er darf sich sehen ja und irgendwas ist aufgefallen wo sind die eigentlich eine ewig gebraucht ist es geblickt haben dann so ja wir sind holz holen gut dass man auf dem auf dem boot nicht hungern kann kann sie ganze sprint ist der kleine kann sie ganze zeit sprinten ja im boot kannst du spritt drück mal steuerung ist schneller nein wirklich das ist ein bisschen bongo mäßig zu meiner zeit ja ja konstruktion wie hopper gab ja ja kann mir bauen neuen scheiß drauf jetzt keine bock auf b ich habe keinen bock auf b ich wundere mich ja dass sie dir noch nicht die haare zum kopf geklaut haben er hat keine haare ah ja daran liegt es wohl er hat auch nichts zum anziehen eben wo wie lange geht es eigentlich noch dass man sein skin nicht wechseln kann wo kurzem hat mein kurzem mal gesagt man kann momentan sein skin nicht wechseln du fällst immer drauf rein deswegen hast du sie ne ich fall sehr selten drauf rein das soundpeak ist cool aber das ist kein april scherz das war einfach nur lustig und cool das war der schnall neun platten spieler ich glaube wir werden die einzige sein die in der ganzen season nicht einmal diamant werkzeug haben ja wir sind bescheiden ja wir sind bescheiden Ja, wegen dem hässlichsten Lachen gerade, was sich im Kruzen anhört. Ich kann das noch besser. Ich kann andere Dinge. So, jetzt endlich habe ich die 280 gereicht. So, und jetzt muss ich noch diese hässliche, hässliche Exkodierung. Was ist jetzt wieder los? Mein Boot bewegt sich nicht in die Richtung, in die ich möchte. So, jetzt, okay. Ja, endlich, ich bin noch kurz zu euch. Wow, nach wie vielen Minuten? Eine Minecraft-Tag. Punkt genau. Epic. Also 20 vermute ich. Kommst du runter? Tiberias, was machst du oben? Bist du gerade zurückgefahren? Ja. Zünd mal ihre Hütte an. Nein, Alter. Lass es. Diesmal kommst du direkt zu uns. Oder? Was meinst du, kommst du diesmal wieder direkt zu uns? Können wir euch drauf plädieren, dass wir nicht zu blöd sind, zweimal denselbe Scheiß zu machen? Wenn etwas damit passieren würde. Schade, wenn sie brennen würde. Bist du dir sicher, dass die Koordinaten korrekt waren? Ja. Ja. Ah, okay, doch. Jetzt sehe ich endlich die Insel. Ich habe bloß ein bisschen zu lang gedauert. Ich dachte. Ah ja, da sind die zwei charakteristischen großen Bäume. Ey, da sind zwei Kühe und zwei Creeper. Oh, was macht der Creeper da mit der Kuh? Urgh! 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 Und Rennen! Weißt du, wie eklig das ist, wenn dann die ganze Milch übereinander spritzt, wenn die explodiert? Ich bin da! Geht z. Fast, kannst ja laufen. Ja, wo seid ihr, sonst verhungere ich gleich. Geh hoch in die Hütte und legt Gästen drinne. Hütte? Ich sehe nur diesen einen Turm. Geh in die Scheiß-Butze rein. Ist das der Turm? Nein, das ist eine Tür oben in der Felswarte, immer noch dieselbe. Ah, Zombie, 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 Zombie. Wie ist der? Ähm. Ich habe mich gerade ein bisschen zu weit runtergegraben. Ich habe... Moment. Da, wo du mir vorher das Bett gezeigt hast. Da, wo du mir vorher das Bett gezeigt hast. In der Nähe? Ja, da in der Nähe. Ja, aber wo? Einfach, ähm... Moment, bleib am Bett stehen. Lauf am Bett mal in die Küste, in den Strand entlang. Richtung, da wo du hergekommen bist. Moment kurz. Ich bin jetzt beim Bett. Hier, halt... Hä? Hier drüben. Jetzt habe ich mich einmal gedreht. Okay. Lauf hier vorne lang, geht es schneller. Mein Gott, ich habe jetzt auch. Hier ist die... Hier ist der Eingang. Ah. Vorläufig. Wie wächst das überhaupt? Da drinne gibt es was zu futtern für dich. Wie wächst das überhaupt vor der Typ? Keine Ahnung, da drinne gibt es was zu futtern für dich. Okay, cool. Danke. Da hinten gerade durch ist der Garten. Warte, warte, ich muss mir zuerst was zu essen holen. Und in der Trude, dann hätte ich irgendwie Exit als Äpfels. Und aus irgendeinem Grund hat man ein Level gekriegt. Ja, weil ich Eishans aufgenommen habe. Und ein Diamant haben wir hier. Und so was. Ich sehe irgendwie nur... Ah, warte, jetzt. Weizen brauchen wir für nichts, oder? Ich kann ein bisschen Brot für uns machen. Cookies, äh, nimm Cookies. Wir liegen noch Cookies drinne. Ja, aber was bringt mehr? Cookies. Cookies bringen mehr. Ja. Ja, sie bringen mehr. Weil jeder macht einen Hunger. Mit 8 Hunger bist du voll. Und mit 2 Weizen und einmal, ähm, Ding bekommst du 8 Cookies. Also rein rechnerisch. Und einmal, äh, Kokos. Kokobohnen. Ok. Bekommst du 8 Cookies. Ok. Also rein mathematisch gesehen bringen sie mehr. So, endlich bin ich wieder voll. Und ich hab noch 2 Äpfel zusätzlich. So, wo hinten ist der Garten? Da durch, durch. Den Tunnel durch. Ok. Jetzt brauche ich nur noch Werkzeug. Mach dir. Liegt oben. Ich dachte, ihr hättet welche Härte dir gesagt. Ja, wir haben eine Werkbank und wir haben Holz. Und Stein. Yay. Dann werde ich doch was mitbringen sollen. Alter, du kannst doch hier was mit graften, oder? Ja. 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 Ja.